rücke um fertigkeiten freizuschalten ah cool stimmt stimmt okay ladlos zu lehnen und größeren gegnern schweren schaden zu suchen das klingt eigentlich sehr sehr gut es bringt so der rutschen verlangsamt nach dem spur so viel lautlos das klingt alles gut klingt auch gut schädigt wie viele punkte habe ich eigentlich habe drei ne anlocken will ich nicht ich glaube rohstoffe das könnte klug sein das nehmen wir einmal okay und dann nehmen wir einmal hier lautlos und größeren schaden und dann nein warte was war das andere was ich gut fand ein eingriff der stark schädigt so ich will auch so eine frisur ja ich wünschte ich könnte geile frisuren machen aber ich bin zu blöd für blöd für noch nie so schlecht geschlafen wie die sind normal was war denn los was das machst du sitzt davor warte was muss ich sagen was was macht was sascha aufgegeben und bin aufgestimmt boah babs hast du gar nicht geschlafen ich sitze vor der beschreiben okay ja dann werde ich ich kann die kem schieben oder ich werde es euch vorlesen sonst ich habe gelernt pfeile sind wichtig wie viel weißt du noch vom letzten play through nicht mehr so viel ich habe es nicht ganz durchgespielt ich weiß noch ich mag mich noch an die mutprobe erinnern da und dann das was da passiert ich mag mich an typen erinnern mit dem man aufgaben löst jetzt sonst nicht mehr so viel das ding ist ich kann auch filme zwei dreimal gucken oder serien weil vergesse details und so und ich bin ich bin immer wieder neu überrascht wie komme ich denn okay jetzt fängt das an okay cool hat ihr schon mal geklappt nice hier war kalt leg dich noch mal hin manu ähm du willst du sein nein wir müssen sprechen ich habe mich über deine Training zu sprechen du hast gelernt du hast zu hunt du hast zu survive aber ich vermute dass eine leitende ich nicht zu lernen du kannst du es jetzt lernen natürlich ich werde immer lernen du kannst du es immer lernen du hast es gibt es gibt du kannst du diese leitende aber es wird gefährlich Oh, okay. Is something else bothering you? No, I'm fine. Anything else you want me to do while I'm down in the embrace? Oh, Odd Grotta might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grotta follows the law. Her science towards us is honorable, not an insult. If you say so. Immer dieses Schweigen, ne? But I'm also gonna pay cars to visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a Tripcaster and no other traitor will sell to Outcasts. Stock it with ammunition then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. Alright, see you at the Northgate. Oh, Banane. Ich werde definitiv ab und an mal eine Frage haben. Mein Handy gleich aus dem fahrenden ICE. Was das Internet jetzt nicht steht. Ach, willkommen in Deutschland, ne? Reden wir aus dem Fallschirm. Meine Stolperfalle. Stelle Feuerfalle her. Oh, bin ich lucky, man. Okay, also da ist zu Hause. Okay. Boah, die Karte ist reliefartig gemacht. Seht ihr das? Oh, krass. Oh, ich muss ja weins. Hahaha. Okay. Also unten ist Anfangsgebiet. Ich dachte schon, das war's. Wie das war's? Guten Morgen, Chucky. Danke dir für deinen Host. Nehmen wir mit. Grüß dich, was gibt's leckeres, Marius? Lohe von Läufern und sammle mit Metallschirmen von Maschinen. Was sind Lohe? Und du eine Rolle gemacht hast. Luia, ich dachte, ähm... Ich dachte, ich sei tot. Ich dachte, ich rolle mich jetzt einfach vom Stein runter. Zum Glück hat sich das Seil gepackt. Zum Glück ist das ein kluges Mädel. Hast du eigentlich... Vorher OP-Waffen zu spielen oder ist er situationsgebunden? Und du fragst mich Sachen, die ich doch noch nicht beantworten kann. Äh, ich glaube, das, womit ich mich wohlfühle, I guess? Das, womit ich mit dem Controller klarkomme, ist, glaube ich, die bessere Antwort. Wie zücke ich denn meine Waffe? Ah, so nicht. Ah. Okay. Okay. Und wie stecke ich die weg? Oh, Mann. Controller ist so schwierig. Ist so schwierig. Ist so schwierig. Tut mir echt leid, dass ihr euch dieses schlechtes Gameplay eingucken müsst. Hoppla. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Es tut mir leid. Ich weiß, es sieht bothaftig aus. Sorry. Medizinbeutelfall? Ah, okay. Na dann. Nichts anderes als Code von den Maschinen. Ach so. Macht sie automatisch. Oh! Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Jetzt fängt es schon an. Fängt schon an. Nein. Drucken. Drucken. Warte mal. Nein, 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 nein. Ach, das wollte ich nicht. Was war das? Ah. Hm. Wie mache ich schon wieder? Ah, hier war zählen. Genau. So. Ach, ich und die Steuerung, ne? Ähm. Ähm. Hier hat man Lust für mich arbeiten zu gehen? Nö. Sorry. Zwei Scheiben Brot mit einem Olivenknoblauchöl. Rühre mit Bacon. Boah, kriege ich ja auch ein bisschen Rühre mit Bacon. Aber ohne Olivenöl. Oliven, also. Doch, Olivenknoblauchöl ist gut. Aber Oliven, Oliven sind nicht gut. Tobi, wunderschönen guten Morgen. Was machst du denn hier? Willst du nicht arbeiten? Bin überreicht, dass du in ein Storygame reinguckst. Kurzen Prozess, Mann. Ich bin einfach besser. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss dem Punkt nach, oder? Ich musste mich nicht mal heilen, so gut bin ich. Verdammt, warte mal. Eine Wurzel. Die nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was die bringt. Aber wir nehmen alles mal mit. Oh, nee, ich muss da rüber. Ich komme mich schon auf den neuen Teil. Kann ich durchrennen? Ah, nein. Durchrennen. Ah, nee, den wollte ich nicht verschießen. Warum ist Controller so schwer? Meine Güte. Ich komme vorbei. Ja, bis dann ist es kalt. Wo muss ich hin? Bin ich immer noch richtig hier? Ich bin immer noch richtig. Ich muss die Läufe... Ich muss genau die Viecher kaputt machen hier, ne? Aber ab und dann habe ich Zeit im Homeoffice. Ach, du bist im Homeoffice. Nice. Äh, ducken. Zielen. Oh. Aim assist. Please kick. Oh. Wow. Excuse me? Hallo. Hallo. Wo war die Rolle? Hier war die Rolle. Ach, du bist. Oh. Wo bist du? Oh, kurz einen Prozess machen hier. Okay. Tränke machen. Oh la la, wie war die Fahrstunde gestern? Hier kann ich mich heilen. Und hier kann ich noch mehr einsammeln. Und hier, das kann ich noch mitnehmen. Und hier kann ich noch einsammeln. Halli, Hallechen, Horseman. Wie geht es dir? Wunderschönen guten Morgen. Horseman, Tobi, Banane, Lars, wie sieht euer Perfekter morgen aus? Ah, dich habe ich schon gelootet. Stelle Feuerpfeile her. Okay, jetzt muss ich den Typen mit der Stolperpfeile finden. Wie kann ich die Waffen wegstecken? Passiert das automatisch? Kaffee und Zigarette? Ausschlafen, komm mal. Ausschlafen gehört doch dazu. Oh, cool. Warte mal, wie geht das denn? So nicht. Ah, hier stand was. Oh. Okay, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hat funktioniert. Ach, schlafen kenne ich nicht. Hier sind, ach, wilde Menschen. Brauchen wir. Ölschwänchen. Guten Morgen, Juicy, mein Lieber. Wie geht es dir denn? Wie sieht dein Perfekter morgen aus? Bin blind, Hilfe. Fast eingeschlafen. No, warum das denn? Der Perfekte morgen aufstehen mit Death Metal. Oha. Was essen und dann wahrscheinlich joggen. Oh, bist du so sportlich? Krass. Ich wünschte, ich wäre so diszipliniert. 7.30 Uhr aufstehen, weil man am Tag vorher bis drei gesoffen. Das ist perfekt am Morgen für dich? No. Aber die reden alle nicht mit mir, ne? Wenn ich die grüße. Wie böse die zu mir sind. Warum dürfen die alle nicht mit mir reden? Ich bin wild, ich weiß. Wild ist super. Nur 815 kann jeder. Kaffee, zwei in schöner Stream in Ruhe. Was machst du beruflich? Und hast du Horseman, weil du viel mit Pferden zu tun hast? Das habe ich mich letztens gefragt. Sympathisch. Wieder am PC? Nice. Das wird anstrengend, Leute. Ich sage es euch. Controller wird anstrengend. Reden. Komm, lass den als Grießkram betiteln. Gewohnheitssache, Kappa. Kämpfe schon zwei Wochen damit. Marius. Pferdepfleger in einem Zucht- und Turnierstall. Oha. Ich hatte lange im Pferd. Ganz lange im Pferd. Rost. Are you worried I'm going to tell someone that you trade with outcasts? I don't think you're the kind who talks. But you never know. You can stop worrying. The secret's safe with me. Yeah, that's what I figured. But I don't mind hearing it. The only person I've ever told about our trades is Rost. Yeah, well, not like he can turn me in, even if he wanted to. Lore and Duty sort of a man, that Rost. I don't know how you stand it. You really don't know why he was cast out? I've told you no. I don't think anyone knows what he did. But it must have been serious because his term is for life. Lebenslänglich? Was hat er denn gemacht? Why do you take the risk, trading without casts? Every time you ask. If a big, meaningful talk is what you're after, move along. It's because you used to be one, isn't it? Yeah. Got caught poking around one of the metal ruins. But beyond the embrace. Matriarch said I was tainted and gave me five years. What did you see in the ruins? Nothing I can make sense of. After my shunning, I tried living back in Mother's heart, but everyone I knew had moved on. And there were so many people everywhere I turned. I like it better out here. Hmm. Last time I visited, you had a Tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you need to bring me a Scrapper lens. Scrapper lens? Special weapons don't come cheap. Acht Jahre an keinem Pferd, man reagiert. Oh. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Hattest du eine schlechte Erfahrung mit dem Pferd, Lars? Man muss dazu wissen, SARS. Was? Was ist mit drei Promillen? Drei Promillen müssen erreicht sein, sonst war ich müde. Was? Ich bin lost. Oh nein, fress dich. Du verlierst mich gerade. Es gibt den Tee im Mangotraum. Uh. Die Früchtetee bin ich ein bisschen skeptisch. Handy-Tastatur ballert. Also, was muss ich jetzt machen? Okay. Okay. Booby-traps? Booby-traps? Coulda fooled me. Pff. Will you be around later, in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machine you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay. Be sure to take a close look at my inventory, though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. Die haben noch gar nicht so viel, ne? Ballen, Tränke, Munition. Okay. Always a pleasure doing business. Ich stand hinter so einem Pferd, war nicht so schlau. Weil das gute Tier meinte, austreten zu müssen. Oh shit. Oberschenkel, oh, ja, das kann wehtun. Wie alt warst du da? I guess that concludes our business. Alright. Good luck in the proving. Blessing of all Mother and all that. I've got what I need. Time to meet Ross at the Northgate. Aber wartet, ich hatte doch noch eine Quest. Moment. Waffenradar und Stolzwerfer lassen drüben, ne? Okay. Wähle mit R die Standardmunition aus. Ah. Ah, okay. Okay. Nein. Okay. Oh, ups. Das sollte ich nicht. Aber ich hatte doch noch eine Quest. Das ist die Haupt-Quest. Nein, Auftrag. Hier, den können wir noch machen. Äh, auf Karte anzeigen. Oh, ganz da oben. Test aktivieren. Lass mal die noch kurz machen. Wir gehen jetzt zu Greta. Krater, nicht Greta. Ähm. Sieben. Ja, gut. In dem Alter ist es halt schon dann sehr prägend, sowas, ne? Dann kann ich verstehen, dass man dann Angst davor hat und sich nicht mehr rantraut. Essen wurde erfolgreich für Nichtigung. Ding, 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 ding. Ich habe noch nie einen Kater gehabt, aber drei Promille sind in vier Stunden nicht weg. Drei Promille ist eigentlich super mega viel. Ich weiß gar nicht. Woher weißt du, dass du drei Promille hast? Weil drei Promille ist quasi schon Scheintod. Das ist enorm viel. Ja, wenn du noch Fahrrad fahren konntest, dann waren es, glaube ich, aber keine drei Promillen. Wir haben, ich habe viel mit Alkohol und Promillenzahlen zu tun von der Arbeit her. Ne, Leute, die halt betrunken fahren und so. Und drei Promille ist sehr, sehr, sehr selten so hoch. Wo sind denn die Grater? Da hinten. Mega schön gemacht, die Landschaft hier. Mega. Alkoholisiert. Was? Ja, ma. Ja, so auch, aber das habe ich gerade nicht gemeint. Wie komme ich da hoch? Ja, ich glaube, ich glaube, du hast dich gefühlt, als hättest du drei Promille, aber glaub mir, drei Promille hast du so schnell nicht. Es fühlt sich manchmal mehr an, also man hätte man mehr als, also ich fühle mich manchmal auch stockbetrunken an, aber eigentlich ist man dann so gegen zwischen 1 und 1,5. Zwei, wenn es ganz hart kommt. Alkoholtester war gemeint? Wie kommst du in einen Alkoholtester ran? Wie kommst du in einen Alkoholtester? Okay, also müssen wir Sachen finden. Sammle Fleisch. Ich muss Hasen finden. Oh, das weiß ich noch. Ich kann. Nein. Hase. Hallo. Ich bin nicht Fan von Tiere töten. Ich bin nicht Fan von Tiere töten. Ähm. Hase. Hase, kannst du mir das Leben nicht so schwer machen, bitte? Ach, komm. Wie kann ich das Schießen abbrechen? Hase, sie macht mir das Leben nicht so schwer. Wo ist mein Auto eben? Oh, hab ihn. Oh, ich mag solche Sachen nicht. Oh, ich mag solche Sachen nicht. Oder? Es gibt ein Display, da wurde King Kong durch ein Faultier ausgetauscht. Jax. Hält man eher als Alkoholiker aus. Normalerweise wäre es für einen tödlich. Oder komm, natürlich. Ja. Drei Promille ist richtig heftig. Okay. Okay. Das wird jetzt richtig lange dauern, meine Lieben. Ich werde von Hasen getrollt. Perfekt. Dann gibt's hier nicht mal Hasen, ey. Wie soll ich denn die Aufgaben schaffen, wenn ich mal Hasen finde? Ah, sie ist.